Ich habe mich nur gerade gewundert, dass Nina Hagen, die in der DDR groß geworden ist, die zu tun hatte mit großen Künstlern, die Tochter war und ist einer bekannten Künstler in der DDR, Eva-Maria Hagen, dass sie trotzdem sagen, ich hatte das Gefühl, als Mädchen war ich nicht so viel wert. Woher kam denn das? Naja, weiß nicht, oh Gott, so viele Gründe, so viele Zusammenhänge, das sprengt dann den Rahmen. Naja, da ist halt eine ganz schön heftige Welt, in der wir uns jetzt alle zusammengefunden haben. Nina, seit Sie sich haben taufen lassen im vergangenen August, glaube ich? Ja, am Israel-Sonntag, dem 16. August, ich bin Israel-Sonntag. Haben Sie seitdem ein anderes Lebensgefühl, eine andere Sicherheit? Auf jeden Fall, aber die Sicherheit geht doch darum, werde ich von Gott geliebt für immer und ewig, ja oder nein. Die hatte ich vorher auch schon. Ich habe halt versucht, wirklich auch andere Religionen zu verstehen, mit meinem Christentum zu umarmen. Und habe alles Mögliche mitgemacht im Ashram und habe dann aber... Sie waren Jahre im Ashram. Aber nicht am Stück. Alle paar Jahre. Immer wieder. Immer mal wieder hin. Die wollten ja, dass ich ständig hinkomme, aber das wollte ich nicht. Aber Sie haben im Ashram Gospels gesungen, fiel das nicht unangenehm auf? Auch ganz am Anfang, wo ich diese Menschen kennengelernt habe, habe ich ihnen gesagt, ich bin ein Christin. Und die haben gesagt, bei uns ist folgendes Motto, alle Religionen sind gleichwertig, folge der Religion deines Herzens. Und es ist auch eine sehr schöne ökumenische, friedliche Einstellung. Aber das war nur, wie sagt man, Maske, Maskerade. Was hinter den Türen vorgeht, ist Rassismus, dunkelhäutige Hindu-Frauen dürfen gar keinen Tempel betreten. Die dürfen auch ihre eigenen heiligen Schriften gar nicht in die Hand nehmen. Die werden dann irgendwelche Fantasie-Geschichten oder irgendwelche Fantasie-Geschichten... Sie haben ganz viel ausprobiert in Ihrem Leben. Sie wollten es immer genau wissen. Und Sie haben in Ihren Bekenntnissen in einem Satz gesagt, schon mein Teenager-Leben nahm Züge eines wilden Road-Movies an. Und wir haben nochmal ganz kurz zusammengefasst, viele öffentliche Bilder von Ihnen. Nina Hagen. Whoopi! Ich hab den Vorfilm vergessen, vorbei meiner Seh'n. Alles blau und weiß und kurz und später nicht mehr wahr. Tür, Tür, vor Leute an, was man von mir erfährt. Ich mach gerne Quatsch. Ich hab's mal, was ich weiß nicht. Und singe gerne Rock'n'Roll. Ich hab keine Flesch. Wenn man mit so einem Lied reinkommt. Ruhe mit Gold, so muss das sein. Denken viele Leute, ja, gemeint das ernst oder so. Da kann man noch so eine Grimasse machen. Es klappt die Frau. Die Frau wird wahr. Es klappt die Frau. Hold me at night time. Hold me by day. Sometimes I feel so far away. Hold me master. And please don't let me go. Und durch Musik, hello, da sind ja schon Herzen gesprengt worden, verschlossene. Amazing great. Nina Hagen. Eine Gospel-Platte wird erscheinen. Ja. Ich frag mal den zweiten Musiker hier in der Runde, Peter, übrigens, welche Bedeutung hatte früher Nina Hagen für Sie? Ähm, Entschuldigung. Das war einer der, also sie war einer der ersten, wo ich Rockmusik mit deutschen Texten gehört hab. Fand ich total klasse, Uwe Lindenberg. Und Nina Hagen waren die ersten, die ich gehört hab, die zur Rockmusik Deutsch gesungen haben. Und Sachen erzählt haben, die ich richtig geil fand. Das war ein Teil meines Lebens. Ist auch jetzt, wenn ich so alte Sachen sehe, das fand das, das ist so, wie wenn der Film nochmal vorgeführt wird. Ich hab sie auch noch, ich hab die LP noch, Nina Hagen Band. Wann war das eigentlich? 1978. 1978 war das, ne? Ja. Das ist eine Wahnsinnsplatte. Und ich hab hier im Januar und Februar an meiner neuen Platte gearbeitet. Wir mischen gerade, wir mastern und die kommt Mitte Mai raus, meine neue Platte. Nina Hagen, Sie haben auch immer provoziert, nicht nur musikalisch. In Ihrem Buch zitieren Sie einen von Ihnen selbst geschriebenen Brief an den Papst, an Papst Benedikt. Ja. Ich zitiere jetzt auch mal wörtlich. Nina Hagen an den Papst. Lieber Papst Benedikt. Ich hab sie lieb. Sie kennen ihn auswendig. Ich habe sie lieb und wünsche Ihnen Gottes Liebe und Gottes Segen auf all Ihren irdischen Wegen. Gott hat sie lieb. Gott hat mich auch lieb. Ich hoffe, wir lieben uns alle sehr und immer, immer mehr. Ja. Hat er geantwortet? Wollte ich gerade fragen. Nein, er ist mir noch nicht im Traum erschienen. Aber, aber ich bete für alle Menschen, weil nur für meine eigenen Kinder zu beten, das bringt's doch nicht. Wenn schon, denn schon, ne Leute. Aber meinen Sie nicht, Nina, der fühlt sich ein bisschen veräppelt, wenn der Papst Benedikt so einen Brief liest? Nö, der kennt mich doch. Der weiß doch, dass ich's ehrlich bin. Der weiß doch gar nicht, dass ich... Ich kann halt lieben nur und sonst gar nichts. Ja, ich bin ja ganz wie Marlene, unser Marlene. Ich kann halt lieben nur reimen, lieben, singen, schreiben. Kochen kann meine Tochter viel besser als ich, meine Mutti, ja. Mensch. Es ist auch schon ganz schön viele Jahre her, da haben Sie für einen mittelfesten Skandal gesorgt. Und wir haben das nochmal heute ganz kurz ins Gedächtnis... ...wo mich alle Hebammen der Welt gelobt haben. Könnte ich mir vorstellen, dass es die entsprechende Stelle ist. Dürfen wir das nochmal ganz kurz zeigen, weil es hat jetzt eine bestimmte Bewandtnis. Ich rufe das nochmal, das war im ORF, ich hab das ja jetzt vergessen. Ja, oh, ich komm ja gerade aus Wien. Ja, genau, hier, unvergessen. Nina Hagen, beim ORF in der Talkshow. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön so, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, man kann es gut anfangen. Dann muss jeder darauf achten. Sonst ist es scheiße. So? Da haben sich ja damals unendlich viele Leute immer aufgerecht. Mensch, 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 ja. Und das Tolle ist, Sie waren eigentlich gerade sozusagen in Deutschland gelandet und guckten Fernsehen und sahen das. Es war, also du bist unvergesslich in meinen Herren eingezogen. Warte, 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 warte. Ich meine, wir mussten bestimmte Sendungen gucken, weil die meine Sie-Familie damals gesagt hat, das ist gut für die Sprache. Und ich guckte mir das an. Ja, das war. Und ich habe leider nicht verstanden, was ein G-Punkt ist. Für mich sind das nur ein Buchstaben. Und alle haben sich aufgeregt und den Fernseher aufgetreten. Die haben inzwischen entdeckt, es gibt gar kein G-Punkt. Nein, das hat lange gedauert. Ich meine, ich musste ja auch, damals konnte man ja nicht googeln, also habe ich mich nicht getraut, wenn sich alle aufregen. Und dann war es fortan verboten, überhaupt den Sender anzuschauen für mich. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, als zu, irgendwann einmal habe ich gesagt, ich werde mal nachgucken, was es bedeutet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein sozialistisch aufgewachsenes Kind. Und diese Art, die du vermittelt hast, das Verrückte, was wir nie sein dürften, immer brach sein. Ich musste Röschenhemdchen tragen, das fand ich sehr schlimm. Und geblümte Kleider und so. Aber die Art, die Netzstrumpfhose, das habe ich alles nachgeholt. In den 80ern, als ich meinen Mann geheiratet habe, habe ich dann Netzstrumpfhose getragen. Und schreckliche, pinkfarbene Leggings, die jetzt wieder leider in sind. Und solche Dinge. Und ich denke, es gibt bestimmte zwei Situationen in meinem Leben. Das ist meine Kindheit in Deutschland. Mit 16 bin ich hierher gekommen. Das war das Verrückte Paar. Ich habe versucht, keine Serie zu verpassen. Und ich fand die Zeichnung so toll. Und manche Sachen wusste ich, dass sie das machen würden. Mit ihrer Mimik und ihren Kulleraugen und Schmollmund und so. Und es waren halt so Dinge, die ich wirklich so einfach, jede Mimik, das ist halt unvergesslich. Jetzt sind wir vom G-Punkt zum Verrückten angekommen. Ja, ich denke, es ist ein Überleid. Das hat auch irgendwie... Das hat ja auch mit Körpersprache zu tun. Ich fand es interessant, weil wir vor der Sende darüber gesprochen haben und gesagt haben, ja, ich erinnere mich ganz genau, was es für mich bedeutet hat. Es war eine Revolution, dass Nina Hagen sich da so offen auch gezeigt hat, auch provoziert hat. Man zeigt es immer aus dem Zusammenhang gerissen, warum ich darüber überhaupt gesprochen habe. Weil, war, weil da so ein Professor über Jugendkultur geredet hat und er hat gegen die Weiber gewettert. Er hat gesagt, oh, ihr Weiber, ihr könnt's mir mal alle, ihr seid's ja so furchtbar drauf. Ihr mit euren Orgasmusschwierigkeiten. Ja, das konnte ich doch auf uns nicht sitzen lassen. Und richtig? Außerdem, außerdem haben... Außerdem habe ich großes Lob bekommen von allen meinen Hebammen. Die haben zu mir gesagt, ich habe also wirklich das Beste draus gemacht. Und es ist wirklich, wirklich interessant zu sehen, Leute, die keine Angst vor ihrer eigenen Sexualität haben oder keine unnötige Scham und so weiter, die machen's gut mit den Hebammen da. Die kriegen dann immer das fette Lob. Ich möchte doch nochmal eben festhalten, dass Nina Hagen allein in dieser Runde für zwei Persönlichkeiten ein großes Vorbild gewesen ist und für viele andere auch. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Nina Hagen!